Die Firma Sieber & Partners mit Hauptsitz in Bern berät Unternehmen bei der Auswahl und Organisation ihrer IT- und Telekommunikationslösungen und auch bei Management- und Strategiethemen. Sieber & Partners gilt zudem als profiliertester Kenner der ICT-Märkte. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Allein 2009 wurde die Anzahl der Mitarbeitenden mehr als verdoppelt. Mit dem Wachstum haben sich auch die Bedürfnisse an eine moderne Telefonie-Lösung geändert. Seit November 2009 benutzt das Unternehmen deshalb eine virtuelle Telefonzentrale und telefoniert über das Mobilfunknetz von Orange. Das Highlight aber ist die Lösung Office Number. Damit können die Mitarbeitenden ihre Festnetznummer auch auf dem Mobiltelefon nutzen und sind immer und überall erreichbar. Unsere Beraterinnen und Berater müssen sehr flexibel sein. Zeitlich, aber auch geografisch. Sie müssen eigentlich von überall her arbeiten können. Wir haben deshalb relativ früh schon auf VoIP umgestellt, haben aber dann gemerkt, dass das gerade wenn die Leute unterwegs sind, einfach noch nicht reif ist und haben jetzt mit dieser Lösung die optimale Unterstützung. KMU sind häufig sehr kostenbewusst und können nicht einfach unbeschränkt Geld ausgeben für neue Telefonie-Lösungen. Ausserdem haben KMU wie das Beratungsunternehmen Sieber und Partners besondere Bedürfnisse. Sie müssen schneller, innovativer und flexibler sein, um gegen die Grossen zu bestehen. Unsere Telefonie-Lösungen sind alle speziell für KMUs geeignet. Das heisst, sie sind sehr einfach zu verwalten und die kann wirklich jeder bedienen. Und außerdem sind sie extrem kostengünstig und leicht zu warten. Viele KMU haben heute immer noch die herkömmlichen Telefonanlagen. Immer mehr Firmen sehen sich jedoch gezwungen, diese zu ersetzen, weil sie veraltet sind oder gar ganz aussteigen. Wiederum stellt sich auch die Kostenfrage, wie viel kann und will ich investieren? Wir empfehlen unseren Kunden, wenn immer möglich, nicht mehr eine eigene Anlage zu kaufen, sondern eine virtuelle Telefonanlage einzusetzen, da diese Lösungen in der Beschaffung und auch im Betrieb günstiger sind, auch flexibler und auch einfacher in Applikationen eingebunden werden können. Bei Sieber und Partners stellte sich insbesondere die Frage, wie stellen wir die Erreichbarkeit über unsere bekannten Festnetznummern sicher? Anstelle einer herkömmlichen Telefonzentrale entschied sich Sieber und Partners für die Orange-Lösung Office Number. Damit können die Mitarbeitenden ihre Festnetznummer auch auf dem Mobiltelefon nutzen. Niemand muss sich um Umleitungen kümmern und die Kunden haben ihren Ansprechpartner immer direkt am Draht. Unsere Mitarbeiter sind unter einer Nummer erreichbar, egal ob sie unterwegs sind oder am Arbeitsplatz sind. Dann telefonieren wir intern innerhalb der Firma gratis über Festnetz und über die Mobilgeräte. Wir können neue Standorte schnell erschliessen, das ist uns wichtig in einer Wachstumsphase. Und last but not least können wir diese Lösung später in eine Unified-Communication-Umgebung einbauen. Viele Unternehmen entscheiden sich trotz klaren Vorteilen einer neuen Lösung für etwas Bekanntes. Unter anderem auch darum, weil sie ihre bisherigen Telefonnummern behalten möchten oder weil sie den Umstellungsprozess fürchten. Selbstverständlich haben die Kunden Angst, ihren Telefonanbieter zu wechseln, aber wir sind es gewohnt. Wir haben es hunderttausendfach, wenn nicht millionenfach durchgeführt. Wir sind es gewohnt, wir begleiten unsere Kunden bei der Migration und sie können sowohl ihre Fixnummer als auch ihre Mobilnetznummer bei uns behalten. Die Umstellung verlief sehr pragmatisch. Orange hat unsere Situation professionell analysiert, auch sehr schnell. Wir konnten also in kurzer Zeit umstellen und planen jetzt schon den nächsten Schritt, nämlich eine Integration in eine Unified-Communication-Umgebung und sind da sehr zuversichtlich, dass auch das sehr pragmatisch abläuft. Das Beratungsunternehmen Sieber & Partners nutzt seit November 2009 die Office-Number-Telefonie-Lösung von Orange und ist damit sehr zufrieden. Als klassisches KMU mit rund 25 Mitarbeitenden war die Firma auf eine flexible und kostengünstige Lösung angewiesen. Genau das, was ihr Orange bieten konnte. Eine Lösung, die zukunftsgerichtet ist und damit das rasante Wachstum des Beratungsunternehmens problemlos mittragen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017